und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ein etwas ungewöhnliches setup für ein video auf meinem kanal das hier ist mein gaming setup für den horror kanal dass sich jetzt für dieses video einfach besser eignet als ein motorvlog aufzunehmen und alles was ich euch zeigen will im nachhinein einzublenden dann kann ich es auch gleich so machen dann ist es glaube ich besser das mikrofon ist glaube ich auch angenehmer als so ein rauschiges motorvlog egal motorradurlaub 2024 2024 wo geht es dieses jahr hin wie ihr wisst ich möchte auf diesem kanal öfters touren machen hauptsächlich natürlich tagestouren völlig klar du kannst nicht ständig irgendwie für ein zwei wochen jeden monat für ein zwei wochen irgendwo hin auf tour gehen ich nicht auf jeden fall aber mindestens einmal im jahr will ich eine große motorrad tour machen ich taste mich langsam ran groß ist immer im auge des betrachters für mich ich habe erst seit zwei jahren den motorrad führerschein direkt einstieg klasse a ich habe davor keinerlei motorrad erfahrung gehabt und habe jetzt seit einem jahr motorrad für mich war köln die tour nach köln schon eine große tour und diese tour wird von der entfernung nicht weiter aber ich würde schon sagen größer es geht ihr könnt vielleicht hier schon sehen da es geht nach tirol in österreich genauer gesagt ins kaunatal ich habe lange überlegt wo ich dieses jahr hinfahren will erst habe ich überlegt bodensee aber dann habe ich gedacht ich will halt mindestens eine woche am liebsten zwei wochen weg sein ich habe im sommer drei wochen urlaub zwei davon will ich weg sein einfach weg von zu hause weg von allem in urlaub jetzt zwei wochen am bodensee ja da kannst du mal zwei tage oder drei tage vielleicht bleiben aber dann hast du glaube ich auch irgendwann alles gesehen und deswegen habe ich überlegt da ich ja sowieso in zukunft näherer zukunft mal nach italien runter will venedig zum beispiel wo ich unbedingt hin möchte aber ich möchte das alles mit dem motorrad machen jetzt nicht ins flugzeug steigen und dann da irgendwo hin fliegen zack der weg ist der ziel der weg ist schon der halbe urlaub sage ich jetzt mal so also das ziel kaunatal im österreich in tirol ihr seht der direkte weg der schnellste direkte weg sind vier stunden 360 kilometer der direkteste und schnellste weg wir wollen aber nicht den direktesten und schnellsten weg das habe ich schon nach köln gemacht und ich bin fünfeinhalb stunden permanent nur autobahn gefahren und ich will nie wieder fünf stunden autobahn fahren nicht mit dem motorrad ist eine katastrophe ich hasse das und deswegen wird das dieses mal anders laufen ich werde euch mal ganz kurz bevor ich genau euch das hotel zeige wo ich dann final hingehe wo ich dann auch bleiben werde ich werde zwei wochen beziehungsweise 14 übernachtungen also quasi 15 tage in den alpen in tyrol im kaunatal in österreich verbringen um dort hauptsächlich motorrad zu fahren ja aber auch andere sachen zu machen jetzt ist die frage wie komme ich dahin ich werde euch das ganz kurz mal zeigen und zwar wir gehen jetzt einmal ich liebe dieses set up nicht mache einfach so warm und schon seht ihr mich besser und dann sage ich hier und dann zeige ich euch mal wie wir hingen gehen jedenfalls so wir gehen da nicht hin zu fuß wäre es ein bisschen lange wäre lustig das mal rauszufinden wenn man aber zu fuß braucht wir starten ungefähr hier la la schwarzwald ist hier das ist la schwarzwald das hier ist der schwarzwald nein das hier ist der schwarzwald das hier ist der schwarzwald und da bin ich das ist übrigens eine tankstelle von der ich normalerweise meine touren immer plane deswegen habe ich die jetzt da mal markiert also irgendwo in dieser umgebung zwischen la und offenburg wohne ich und dann geht es als erstes nach nach titisee titisee ist einfach das ist einfach titisee so da fahren wir hin aber wir fahren jetzt nicht hier autobahn und dann zack von freiburg rein nein wir können jetzt entweder so fahren es ist erstmal hier von tomtom grob vorgeschlagen so fahren über silbach schuttertal freiamt das ist auch so ziemlich die strecke die ich schon mal gefahren bin oder diese strecke ja ich würde eher sagen jetzt ich werde die ganze tour werde ich noch final selber planen man kann das hier alles selber noch planen das muss ja jetzt nicht final so aussehen das ist jetzt erstmal nur um euch zu zeigen dass ihr seht von wo nach wo ungefähr wo entlang und wodurch es mich verschlagen wird ich werde mir da zeit nehmen die ganze route ausführlich zu planen weil theoretisch ihr habt es gesehen so so in vier stunden wäre ich direkt in tirol ich will aber das kann auch gerne anstatt vier stunden zehn stunden dauern es muss nicht schnell gehen es muss nicht die schnellste strecke sein es muss die schönste strecke sein weil leute mir gesagt haben ja für was hast du dir navi gekauft fahr doch nach google google maps google maps du dich immer den schnellsten weg schicken ich will aber einen schönen weg und das ist jetzt schon mal glaube ich ein ganz schöner weg quasi komplett quer durch den hochschwarzwald hier zum titisee den man auch ganz gut als zentrum zumindest als zentrum des südlichsten des südlichen hochschwarzwaldes sehen kann da oben bei esbronn freudstadt und so da ist ja auch da oben würde ich dann eher sagen irgendwie wenn es nach sehen geht murmelsee in richtung norden der befindet sich irgendwo hier oben irgendwo da oben das ist ja glaube ich der murmelsee ne das ist stausee ist ist auch egal so wir fahren zum titisee vom titisee fahren wir weiter zum schluchsee titisee schluchsee bis zum schluchsee brauchen wir eineinhalb stunden wenn wir so fahren jetzt wählen wir hier natürlich erst mal aus wir sind motorradfahrer das ist völlig klar und jetzt wählen wir hier noch aus wir wollen eine spannende route haben die durchaus ein bisschen bergig und ein bisschen kurvig sein kann hügeligkeit kurvig mal schauen so kurvig würde ich so sagen bergig nur mal zum beispiel also ihr seht ihr habt hier schon ohne irgendwie was an der route selber zu verändern könnt ihr hier schon habt ihr hier schon einige dinge drin jetzt sagen wir natürlich autobahnen wollen wir vermeiden auf jeden fall unbefestigte straßen wollen wir auch vermeiden wir wollen jetzt nicht über den schotterweg fahren zehn stunden lang ansonsten umwelt zone ist vom motorradfahrer sowieso egal tunnel auto züge will ich jetzt auch vermeiden das beispiel grenzübergänge wenn ja geht nicht anders brauchen wir gut soweit das ist erstmal grob geplant ein bisschen angepasst und schon sind das zwei stunden und 21 minuten 100 kilometer völlig cool und dann geht es weiter zum bodensee und jetzt ein beispiel war am bodensee würde ich sagen der bodensee befindet sich ja in drei ländern der bodensee befindet sich in der schweiz in deutschland und in österreich ganz da unten ist jetzt noch lichtenstein was auch ein land ist also laut wikipedia ist lichtenstein ein fürstentum das zu schweiz gehört aber es wird hier auf der map als land angezeichnet liebe lichtensteiner tut mir leid keine ahnung euer land ist so groß wie wie köln wo ich aber auf jeden fall auch mal hinfahren will aber jetzt nicht heute unbedingt mein gedanke war zum beispiel wir fahren jetzt nach kreuzlingen in der schweiz nicht kreuzstraße kreuzlingen so kreuzlingen schweiz da fahren wir dann hin bis nach kreuzlingen brauchen wir dann vier stunden und 47 minuten 200 kilometer das heißt das ist der erste tag die erste etappe 200 kilometer nicht ganz fünf stunden da könnte man noch den ein oder anderen umweg einplanen werde ich dann in ruhe machen vielleicht mache ich noch ein abstecher nach zürich und von zürich nach kreuzlingen um mal in zürich gewesen zu sein nur als beispiel zürich ist ja glaube ich auch die hauptstadt der schweiz ne wäre interessant in der schweiz gibt es ein freiburg hä in der schweiz gibt es freiburg schweizer was los bei euch in der schweiz gibt es freiburg und es gibt bei uns freiburg bei uns heißt es freiburg im preisgau die schweizer haben einfach auch einen preisgau überleg mal du wohnst in freiburg in deutschland und du fährst von freiburg in die schweiz dann fährst du quasi von freiburg nach freiburg cool also das ist der erste tag die erste etappe wir könnten einen umweg nach zürich machen wie wir wollen sind uns ja alle wege offen deswegen liebe ich auch das mit navi tomtom kurweger und so du kannst hier ganz entspannt nicht nur schnelle strecken planen sondern schöne strecken und in kreuzlingen werde ich mir ein hotel mieten oder in lindau aber ich finde es ganz cool eigentlich da schon zwei nächte in der schweiz zu verbringen und nicht in deutschland wenn wir direkt hier an der grenze von der schweiz sind zwei übernachtungen in der schweiz wären glaube ich cool ich glaube mehr kann ich mir nicht leisten in der schweiz außer da zweimal zu schlafen und von kreuzlingen drei tage also ein tages anreise dann eine übernachtung dann haben wir einen kompletten tag um hier ein bisschen rumzueiern vielleicht den bodensee umrunden alles anzugucken was wir wollen und dann noch eine nacht und am dritten tag geht es dann weiter und dann würde ich spaßeshalber einfach sagen wir fahren irgendwo hin hier sind ja die fähren zugänge wir könnten sagen wir fahren hier runter und fahren dann mit der fähre rüber nach friedrichshafen oder wir fahren hier irgendwie mit der fähre hier so nach nonnenhorn hoch dann sind wir kurz mal wieder in deutschland und dann fahren wir durch lindau und dann sind wir in österreich ne auf jeden fall etappe nummer zwei geht dann von kreuzlingen weiter nach hier hin und da können wir uns jetzt halt auch überlegen wie wollen wir fahren ich würde eigentlich relativ früh gerne relativ früh in durch die alpen fahren also ich würde am liebsten hier schon so irgendwie fahren jetzt könnten wir sagen was sind hier schöne panorama strecken zum beispiel das ist jetzt natürlich so da ist unser hotel da müssten warum und dann würde ich sagen jetzt mal grob grob gesagt und hier bei der bei der bearbeitung bei der nachbearbeitung solche schlenker hier die die muss man dann halt noch korrigieren irgendwie ähm das kriegen wir aber hin also jetzt wenn ich mir das angucke anhand der karte wie ich gerne da hinkommen würde ist das glaube ich schon mal ein guter weg wir fahren hier entlang diese ganze strecke hier ist auch grün markiert als panorama strecke mit einer tollen aussicht also dann würden wir hier über die von schweiz von schweiz nach österreich rüberfahren jetzt als beispiel und dann würden wir hier direkt in die alpen rein links und rechts die berge sieht schon mal gut aus sieht auch kurvig aus hier sieht toll aus hier entlang weiß ich jetzt nicht ob wir diesen schlenker so machen müssen hier und dann da hoch oder ob wir vielleicht sagen also jetzt ich 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 spiel nur mal rum ne ähm wie kann ich denn hier diese diese fixpunkte setzen geht das nur so ah ja okay ich muss das dann irgendwie schieben okay also so sieht das schon mal besser aus ich werde das wahrscheinlich final über kurviger planen und bei kurviger dann hier ins tomtom äh importieren und dann nochmal anpassen weil irgendwie im kurviger plant es sich angenehmer finde ich aber das ist jetzt schon mal ne grobe richtung so wären das insgesamt 411 km also insgesamt wir teilen das ja auf zwei tage auf fahren hier entlang fahren hier dann schön die panorama strecken durch die alpen hier auch alles panorama strecke das sieht glaube ich gut aus schön kurvig fahren hier entlang hier ist es ein kurzes stückchen mal gerade schön kurvig hier auch richtig toll das lassen wir auch so drin und dann befinden wir uns hier und da ist das hotel also zieht euch das mal rein ne hier geht es dann am bodensee los und hier geht es dann quasi einen tag komplett nonstop 4-5 stunden durch die alpen richtig geil und hier schön das ist safe ne geile strecke zwischen den bergen hier so durch das könnte noch ein bisschen kurviger sein aber da wird es kurvig ja da wird es kurvig das ist okay hier oh schaut euch das mal an und links und rechts diese berge übertrieben gut gibt es da eigentlich tankstellen ja da gibt es tankstellen sehr gut boah da muss ich mich noch erkundigen wie man in österreich tankt hier oh da hat er auch eine coole strecke mit eingebaut und das ist nicht der direkte weg oh ja 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 da habe ich bock drauf da habe ich bock drauf da fahren wir ne und hier ihr seht es quer durch die alpen und hier befindet sich das hotel hier und schaut mal links und rechts die berge überall berge 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 hier ist direkt eine tankstelle gerade zwei Häuser weiter quasi richtig gut und von dort dort in österreich werde ich dann 14 nächte bleiben also zwei wochen 15 tage werde ich dort bleiben und werde natürlich viele motorradtouren machen das hotel ich werde euch das auch gleich mal zeigen wirbt auf der webseite auch explizit damit dass es eine tolle gegend ist für motorradfahrer ihr könnt euch auf der webseite oder direkt im hotel auch vom hotel vorgefertigte routen als gpx dateien direkt aufs navi laden lassen und könnt die einfach so fahren was ich auch machen werde weil wenn ein ortskundiger eine tour geplant hat der die gegend kennt ja dann ist das natürlich eine coolere tour wie wenn du selber irgendwie von oben auf google maps dir da irgendwas zusammen planst auf jeden fall 14 übernachtungen 15 tage das sind ja das sind 13 komplett ganze tage ich sag ich rechne immer einen tag anreise einen tag abreise rechne ich immer nicht nicht so wirklich mit weil man da ja nichts macht außer auspacken und einpacken abreise ist irgendwie um 10 uhr morgens und ankunft ab 15 uhr ne hasse nicht so viel aber auf jeden fall 13 volle und ganze tage wo man hier schöne touren machen kann aber nicht nur touren da kann man auch schön wandern gehen und auf der webseite ich zeige euch jetzt einmal ein bisschen das hotel hier einfach ein paar bilder ich denke das ist in ordnung das hat ist so im internet veröffentlicht deswegen denke ich geht das klar das ganze sieht mir nach einem eigentlich nach einem hier das ist das hotel vier sterne hotel ähm aber nennt sich auf der webseite auch gerne äh motorrad hotel beziehungsweise motorradfreundliches hotel ähm was mir persönlich wichtig war dass ich auch im hotel nicht schief angeguckt werde wenn da alle mit ihren köffern und ihren autos kommen und du kommst da mit dem mit dem motorrad oder man muss wie in köln dann das motorrad irgendwo hinterm blumenkübel vor der politesse verstecken für sechs tage um keinen strafzettel zu kriegen sondern ähm ich werde euch aber gleich mal ein paar sachen zeigen warum ich dieses hotel so geil finde klar 14 nächte in einem vier sterne hotel mitten in den alpen ist nicht ganz günstig aber ja ich habe keine familie keine frau keine kinder ich kann mein geld so ausgeben zum glück ich habe keine weiteren verpflichtungen ähm hier das ist von außen wie ihr seht es ist direkt in den alpen es ist so gut es ist einfach so schön hier das ist der outdoor pool der das ganze jahr über offen hat auch im winter auf den bildern sieht brutal geil aus das heißt ihr geht im gebäude in den pool und schwimmt nach draußen und habt diesen fucking ausblick also ich ich habe das heute nacht in der arbeit am handy so ein bisschen ich habe ein bisschen zeit in der arbeit äh alles mal angeguckt ich muss sagen ich fand es geil die inneneinrichtung ich würde sagen es ist mehr als ausreichend also es ist natürlich kein schickimicki luxushotel wobei luxus definiert jeder anders in meinen augen für mich ist das luxus so so eine lage so ein hotel mit so einer badeinrichtung ähm mit pool mit sauna mit wellness bereich mit spa mit massageangebot in meinen augen ist es luxus aber jemand anderes der in ein hotel geht gewohnt ist irgendwie für tausend euro pro nacht für den ist das eine absteige also luxus definiert jeder anders in meinen augen ist das definitiv luxus ähm aber noch sag ich jetzt mal in ordnung also das ist jetzt nicht dass man da gold frühstücken tut so sieht das ganze im winter aus auch brutal die zimmer sind normale zimmer ähm mehr brauchst du nicht was brauchst du mehr ein bett hier ich glaube jedes zimmer hat einen balkon wenn ich das richtig gelesen habe ist natürlich geil als raucher morgens erstmal schön auf den balkon gehen eine rauchen und dann erstmal bam in die alpen gucken mit dem ausblick hier also ich zeige euch einfach mal ein paar bilder das ist der der frühstücksbereich der der essbereich ähm der outdoor pool das sieht so gut aus hier der essens es gibt wohl zwei essensbereiche ne also hier ist so der thekenbereich der ist ziemlich modern und die sitzbereiche sind schön urig schön wie man sich in den alpen vorstellt so ich muss sagen wenn ich mir ein hotel in den alpen vorstelle ist das nicht das erste an das ich denke so mit glänzenden oberflächen und led beleuchtung sondern da denke ich eher an sowas so wenn ich an die alpen denke an österreich denke denke ich an sowas sowas will ich dann auch irgendwie ne also die ganzen bilder einfach mal kurz gezeigt hier kann man auch seminarium nahe machen hier das ist der eingang das ist überlegt euch das mal hier auf dem balkon stehen eine rauchen und dann hier diesen diesen oder eine tasse wasser tasse wasser glas wasser trinken richtig gut richtig gut hier die haben schon coole zimmer eigentlich das ist hier der bereich hier geht ihr dann rein ins wasser und könnt dann schwupp nach draußen schwimmen das heißt ihr müsst weder beim ins wasser steigen noch aus dem wasser rausgehen frieren toll weil auch wenn das ich wann fahre ich da hin ende juli aber ich glaube mitten oben in den alpen auf einer höhe von über 1500 metern ich glaube da kann es schon kalt werden glaube ich also guck mal sie hat hier auch was an also und die friert ich sehe es das ist also ich habe mir die Bilder angeguckt und die werben hier eben auf der Webseite werben die auch immer mal wieder mit der Thematik Motorradfahren deswegen war das für mich sehr ansprechend also das wenn man sich die Bilder anguckt das sieht alles sehr sehr toll aus das bin ich nur alleine so ein Zimmer würde ich richtig feiern so ein richtig uriges Zimmer mit Holzdecke das würde ich feiern es ist schon ein geiler Ort eine tolle Location also da könnte ich 14-15 Tage wirklich aushalten glaube ich hier ein Foto im Winter im Winter ist das bestimmt auch genial ein Foto Pool bei Nacht boah wenn man da im Dunkeln im Pool schwimmen kann und dann die Alpen so im Hintergrund das hier ist glaube ich dieser Weißspitz das ist der glaube ich da hatte jemand ein Video gemacht oh das ist aber kurz egal immer diese YouTuber hier das ist hier so der Vorplatz also Parkplätze sind auch da so sieht das Ganze im Sommer dann aus wunderschön da fahre ich mit der Suchuki lang ich habe mir wirklich die letzten ein zwei Wochen viele Hotels und so angeguckt wo ich dann dachte ja okay es ist halt eine Unterkunft aber das ist halt so das Hotel ist bei mir irgendwie hängen geblieben das habe ich richtig gut gefeiert also nur mal um euch zu zeigen warum ich mich jetzt gerade für Österreich entschieden wobei Österreich es hätte auch die Schweiz werden können aber Österreich war jetzt in dem Fall einfach günstiger und ihr könnt euch überlegen 14 Übernachtungen in einem Hotel wo ich sage jetzt mal wenigstens einen Pool hat auch wenn es nur eine kleine Pfütze ist aber einfach irgendwie abends im Pool ist schon geil und dann 14 Nächte in der Schweiz mitten in den Alpen das ist total teuer hier da sehe ich mich einfach dann gibt es hier auf der Webseite unter der Rubrik Motorsport einen extra Bereich für Motorradfahrer Torenvorschläge BMW Vermietung da könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen also ihr seht schon das Hotel ist schon auch ausgerichtet definitiv für Biker weil wenn ich irgendwo zwei Wochen bin dann will ich ja auch was zu tun haben weil ansonsten bin ich dann drei Tage durch aber wenn du wenn du halt ein Hotel hast wo dir auch so Sachen vorschlagen kann auf jeden Fall hier wird erklärt dass die mit einer BMW Motorradvermietung aus der Gegend zusammenarbeiten wo man sich als Hotelgast günstig nicht umsonst aber günstig oder günstiger ein BMW Motorrad mieten kann da sehe ich mich eine BMW R1300 GS mieten und dann einfach zwei Wochen damit rum zu eiern nee das wird dann teuer weil 140 bis 160 Euro pro Tag dann eier ich da vielleicht nur einen Tag damit rum oder zwei nee also wenn GS dann müssten die eine haben die tiefer gelegt ist ansonsten ich saß schon auf einer 1250er GS Vorgängermodell vor dem aktuellen und das ist definitiv zu groß für mich das kriege ich niemals unter Kontrolle gehalten das definitiv nicht also allein schon vom Gewicht von der Größe her meine ich das ist das geht leider nicht das das Motorrad und ich kommen niemals an einem Stück wieder an das Motorrad und ich wir sind beide dann über die ganzen Alpen verteilt wahrscheinlich aber sehr sehr interessant werde ich mit Sicherheit einen Abstecher hinmachen einfach mal angucken einfach mal quatschen ich bin ja zwei Wochen über zwei Wochen dort gucken was sie so haben so vielleicht es kann ja auch hier sowas sein Naked Bike wobei ich halt eigentlich schon gerne ein Tournbike habe und BMW hat glaube ich das ist ja das einzige Tournbike von BMW in der GS was haben die sonst noch GS ist halt ein Riesenpanzer und ich bin so klein wie ein Meinzelmännchen jetzt stellt euch mal vor ein Meinzelmännchen dass ein Panzer fährt so sieht das dann aus Tourenvorschläge gibt es hier allerhand Vorschläge an sich da könnt ihr euch dann auch GPX Dateien runterladen und 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 aber im Hotel könnt ihr euch das auch die direkt ich glaube ihr könnt da mit Sicherheit mit irgendeinem quatschen der euch dann irgendwas empfiehlt und so sagt ja hier so und so viel Kilometer so und so viel also so 200 Kilometer Tour Ötzi Dorf Area 47 Ötzi Dorf das hört sich gut an ich habe auch erst überlegt ein Hotel im Ötztal zu nehmen das fand ich aber dann doch nicht so ansprechend auf jeden Fall Angebot ist mega da hat man zu tun steht vier Sterne Motorrad Hotel im Kaunertal Kaunertaler Stift Saloch Joch Timmels Jochen für Motorradfahrer ebenso wie Cabrio Fans und erklärte Cruiser ist die Weißspitze The Place to Be Fahrten zu den schönsten Bergpässen Beginn in Beginn in unserer Garage der Senioren der Senior Charlie und Junior Paul sind selbst begeisterte Motorradfahrer also auch Eigentümer vom Hotel sind selber Motorradfahrer was auch wieder sehr sympathisch ist wir haben alle Annehmigkeiten und beste Anbindungen an die schönsten also das klingt einfach nach dem perfekten Hotel und da zwei Wochen in den Alpen zu verbringen mit dem Bike Motorradfahrer Welcome die Weißseespitze warum eigentlich See gibt es da einen See Fragen über Fragen wird als eine der Top Biker Adressen in der Region gehandelt mit Superservice für Motorradfahrer großzügige Motorradgarage Trockenraum für Motorradbekleidung Waschplatz mit Dampfstrahler Schrauberecke mit Werkzeug erst mal in Österreich ein neues Schrauberprojekt starten da sehe ich mich mit Hebebühne und Druckluftgerät Test Tester alles da Take my money und also ne ihr seht das ist glaube ich das perfekte Hotel da gibt es halt hier nochmal so eine Rubrik Kurve Panorama Blick Gas geben genießen das Hotel Weißspitze liegt umringt von purer Fahrfreude da sehe ich mich genau da sehe ich mich Motorradliebe in Tirol hohe Pässe starke Kehren Freiheit entlang der Straße dafür sind die 26 26 Kilometer lange Kaunertaler Gletscherstraße und andere sehenswertige durchs Gletscher fahren einfach Routen die ab dem Hotel bis Italien und in die Schweiz führen internationale Tourenbücher bezeichnen das Kaunertal als Sehensort für Motorradfreunde das ist doch perfekt oder da fand auch das BMW Testride schon statt übrigens also ist wie man hier sehen kann für Motorradurlaub ein gutes Hotel die haben aber auch andere man muss ja jetzt nicht nur Motorrad fahren die haben einen Wellnessbereich Skiurlaub im Winter halt klar Wellness Wellness und Spa Massage und Beauty Day Spa Angebot Kulinarik und Genuss Spa und Lounge Aktivitäten Skitour E-Bike ja weiß ich nicht Wandertipps ja mit Sicherheit auch mal ein Wandertag wobei Wanderklamotten müsste ich dann ja mitnehmen zumindest Wanderschuhe auf jeden Fall Radfahren auch sehr also es ist ich denke mal das Hotel orientiert sich im Winter einfach an die Skisaison im Winter Skisaison und im Sommer halt Wandern E-Biken und Motorradfahrer so ich denke das ist denen ihr Konzept finde ich sehr sehr gutes Konzept Waldbaden also da kann man da gibt es auch Seen da oben also alles in allem ich denke ihr versteht wo es jetzt dieses Jahr hingeht und warum ich da hin möchte Alpen finde ich sowieso cool und das Hotel das ist mir einfach direkt ins Auge gestochen ich habe auch schon mal so testweise geguckt was es mich kosten wird ist okay also ich habe schon viele andere Hotels jetzt mal geschaut für 14 Nächte die da deutlich teurer waren und sehr viel weniger geboten haben teilweise noch nicht mal Hotels waren sondern einfach nur Gasthäuser wo oben drüber ein paar Zimmer sind und da bist du bist du auch locker gleich 2000 Euro weg für 14 Tage und das Hotel bietet dir nicht wirklich viel und da kriegst du für ich glaube für unter 2000 Euro definitiv unter 2000 Euro oder knapp unter 2000 kommt jetzt halt drauf an welches Zimmer ich buchen werde kannst du da 14 Tage verbringen das ist genial also das wird der Sommerurlaub der Sommer Motorradurlaub 2024 dass ihr schon mal Bescheid wisst wo es hingeht und vor allem wie es dorthin geht über Umwege zumindest den Hinweg den Rückweg mache ich vielleicht an einem Tag einfach der schnellste Weg wieder zurück dann bin ich glaube in vier Stunden zu Hause könnte man auch machen oder auf dem Rückweg verbringe ich noch eine Nacht in der Schweiz oder keine Ahnung man weiß es nicht auf jeden Fall das ist der Plan ich werde jetzt als nächstes nachher gleich mal das Hotel buchen damit das gebucht ist und dann werde ich mal gucken wie ist das mit dem Motorrad mit Einreise Österreich und Schweiz bei Frankreich weiß ich da gibt es nicht nur die Helmpflicht sondern auch Handschuhpflicht für Motorradfahrer weiß ich nicht wie ist das in Österreich und Schweiz gut Ausrüstung werde ich sowieso alles dabei haben Vignetten werde ich mir wahrscheinlich für beide Länder kaufen müssen dann außer ich lasse die Schweiz aus aber ja wenn es so eine Vignette fünf Euro kostet dann nehme ich das mit zwei Nächte in der Schweiz und dann ab nach Österreich bam nach Tirol Tirol gut das war es mit dem Video ich bin noch ganz am Anfang von meiner Motorrad Touren Phase Karriere weiß ich nicht wie man es nennt ich habe jetzt erst seit zwei Jahren den Motorradführerschein direkt ein Stieg Klasse A gemacht ohne Vorerfahrung habe jetzt seit einem Jahr mein eigenes Motorrad und jetzt im zweiten Jahr geht es direkt ab in die Alpen was kann es cooleres geben ich hoffe die Susi und ich wir werden beide heil und an einem Stück ankommen das wäre sehr sehr schön und das war es mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen auch wieder längeres Video die Aufnahme geht jetzt 53 Minuten ich werde es noch ein bisschen runter cutten aber dass ihr jetzt auf jeden Fall wisst das ist die Ankündigung der Motorradurlaub für dieses Jahr ihr könnt mal in die Kommentare schreiben wie ihr meine Idee so findet quer durch den Hochschwarzwald zwei Nächte in der Schweiz am Bodensee unten und dann ab nach Österreich in die Alpen nach Tirol ist glaube ich cool zwei Wochen in den Alpen wow ich habe richtig Bock drauf Leute das war es mit dem Video haut rein und bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.